auf zu auf zu auf was gilt denn jetzt nicht zu kleine fabrik in den laden möchte die bundes notbremse macht uns auf verrückt aber ist so das heißt baby fachgeschäfte sind jetzt bundesweit auf der liste der ausnahmen sprich unabhängig von der inzidenz dürfen wir für euch geöffnet haben ihr könnt also zum stöbern ausprobieren bisschen rum gucken einfach so vorbeikommen wenn du einen beratungswunsch hast zum thema kinderwagen zum thema autositze zum thema möbel buchte am besten online bei uns vorher einen termin damit wir auch wirklich zeit für dich haben ansonsten kommt ihr einfach so rum ffp2 maske ist pflicht die bitte unbedingt mitbringen ihr könnt euch mit der luca app oder mit der corona warner bei uns im store einchecken wenn ihr das möchtet aber auch das ist freiwillig wir freuen uns auf euch wir freuen uns auf euch wir freuen uns auf euch ich zähle auf sie wir freuen uns auf euch wir freuen uns auf euch gott